exoder blog echte gerichtsurteile ich bin anita farke und freue mich spannende urteile aus dem leben zu präsentieren sdb 23 24 kostenfreie entscheidung vom 17 4 2024 überblick entscheidung des sdb 23 24 vom 17 april 2024 der sdb 23 4 standesvertretung hat am 17 april 2024 eine wegweisende entscheidung getroffen die erhebliche auswirkungen auf die arbeitende bevölkerung hat die entscheidung die in vielen medienbreit berichtet wurde quellen fhz süddeutsche zeitung frankfurter rundschau impliziert eine umfassende überarbeitung der arbeitsrechte und regeln die fast alle arbeitnehmer im land betreffen insbesondere hat der beschluss die arbeitszeiten die arbeitsbedingungen und die entlohnungssysteme ins visier genommen änderung der arbeitszeitregelung die offizielle pressemitteilung des sdb 23 24 beschreibt die neuen regelungen hinsichtlich der arbeitszeitgestaltung unter der neuen regelung werden die möglichkeiten zur flexiblen arbeitszeitgestaltung erweitert quelle offizielle pressemitteilung sdb 23 24 arbeitgeber und arbeitnehmer haben nun mehr freiheit um individuelle vereinbarungen zu treffen die ihre spezifischen bedürfnisse besser berücksichtigen verbesserung der arbeitsbedingungen die entscheidung enthält auch bestimmungen zur verbesserung der arbeitsbedingungen diese maßnahmen zielen darauf ab die gesundheit und sicherheit der arbeitnehmer zu verbessern und gleichzeitig ihre arbeitszufriedenheit zu erhöhen quelle handelsblatt neugestaltung des entlohnungssystems in bezug auf die entlohnung hat der sdb 23 24 entschieden die transparenz zu erhöhen und unfaire lohnung gleichheiten weiter zu bekämpfen quelle die zeit die details des neuen entlohnungssystems wurden jedoch noch nicht vollständig enthüllt und sollen in den kommenden wochen bekannt gegeben werden die entscheidung des sdb 23 24 markiert einen wichtigen schritt in richtung modernere flexiblere und gerechtere arbeitsbedingungen es wird erwartet dass diese neuen regelungen die arbeitszufriedenheit und die produktivität der arbeitnehmer erhöhen werden fazit die entscheidung des sdb 23 24 vom 17 april 2024 hat eine neue ära in der arbeitswelt eingeläutet mit flexibilität gerechtigkeit und transparenz als größten verbesserungen könnte diese entscheidung weitreichende positive auswirkungen auf arbeitgeber und arbeitnehmer gleichermaßen haben bericht autorin anita farke dienstag 30 april 2024 danke fürs zuhören denk immer an eine möglichst nette bewertung um uns zu unterstützen